Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir betreten jetzt die Insel des Lichts und Zitane hat schon wieder was zu sagen. Nämlich, oder nein, besser gesagt der Matrose. Zitane, die Instrumente spielen verrückt. Das Schiff scheint von irgendetwas angesogen zu werden. Zitane, heilt das Schiff das aus. Du hast doch nicht etwa vor, da rein zu fliegen? Alles was wir wissen ist, dass das hier der Eingang ist. Das ist also, was die Leute von Esogasa den Pfarr der Seelen nannten? Der Pfarr der Seelen nach Terra führt. Vielleicht ist es ja eine Art Teleporter, so wie die in Kuias Unterschnupfen. Zitane, wir werden hineingesogen. Hallo, auf Kurs bleiben oder abdrehen. Was sollen wir tun? Wenn wir da reinfliegen, dann gibt es vielleicht kein Zurück mehr. Wir drehen lieber ab. Wir drehen lieber ab. Wir gehen nochmal unsere Ausrüstung durch. Sicher ist sicher. So ist das. Das heißt, wir müssen ein Stück nach vorn fliegen. Also ich möchte, muss... Ich habe nämlich noch nicht gespeichert. Ich bin aus Versehen wieder mal auf die falsche Taste gekommen. Nein, passiert mir sonst ja nie. Aber, ja. Halt. Das war die... Mann, ey, ich will das speichern. Ich bin hier irgendwo... So ist fein. Genau so. Ich will nämlich unseren Mogli-Freund rufen. Servus. Ich möchte zuallererst einmal zelten. Als zweites speichern. Und zwar Speicherplatz 1. Zuallererst... Was willst du jetzt da? Schleich dich. Kein Upgrade jetzt. So. Hier mal als allererstes. So. Das wird gespeichert. Fertig. Wir können normalerweise jederzeit wieder zurück. Eigentlich. Also ist es, glaube ich, noch zu früh, hier nochmal ein extra Ding anzulegen. Aber ich mache das schon mal. So. Nehme ich den Spielstand Reserve Reserve sozusagen. Also hier hin. Ich möchte nämlich einen Spielstand haben, wo wir Level 90 sein werden. Oder Level 99 bestenfalls. Optimalerweise besser gesagt. Und, ja, wie gesagt, wir dürfen normalerweise zurück. Ohne Probleme. Und ich möchte da nämlich vier besondere Gegner noch klatschen. Auch die Schokobo-Schätze möchte ich gerne machen. Ich will unseren Schokobo leveln. Also wir haben viel zu tun. Aber ich glaube noch, noch habe ich keinen Grund hier zu, also Panik zu schieben. Wir haben noch mehr als genug Zeit. Vor allem, was ich mir noch erinnern kann, den ich darf jetzt eigentlich leveln. Wir dürfen leveln. Also, gehen wir es an. Das dürfte normalerweise jetzt kein Problem sein. Wir werden jetzt nur mal den Planeten verlassen. Wahrscheinlich, denke ich. Auf Terra gehen. Zitane, wir werden hineingesucht. Auf Kurs bleiben oder abdrehen. Voller Schub voraus. Voller Schub voraus. Und lasst uns auf das Deck gehen. Warum das denn? Wenn es wirklich ein Teleporter ist, wie Lili vermutet, dann springen wir rein. Da werden wir reinspringen. Springen? Und wenn es nun kein Teleporter ist? Vertrau mir, wird schon schief gehen. Ansonsten gehen wir halt krank. Stand. Wow. Entstehle! Kommst du? Ja! Cool, oder? Ist das hier... Terra? Was ist das nur? Dieses Licht? Warum? Galant! Endlich! Endlich hast du deinen Weg hierher gefunden! Die Zeit ist gekommen, doch ich konnte nicht weiterlesen. Wer bist du? Mein Name möchtest du wissen, so nenne mir deinen. Wer... Wer bist du? Ich? Ich bin... Wer bist du? Ich wollte mich doch gerade vorstellen. Hat man dir keine Manieren beigebracht? Der Name, den man bekommen hat, weist der einen als sich selbst aus. Auch du scheinst vom Glanz des blauen Mondes geblendet zu sein. Was? Was weißt du schon? Kommst du von Terra? Du bist der Unwissende. Komm, und sieh für dich selbst, Terras anmutige Gestalt, wer du wirklich bist. Hey, warte! In Luft aufgelöst, einfach so. Zitane? Lilly, geht es dir gut? Ja, und allen anderen auch. Lass uns gehen. Das lassen wir mal so. Wir können jederzeit umändern. Meine ich. Terra. Was ist das? Hey! Die schaut ja aus... Irgendwie schaut die aus wie ich. Oh, was zum Teufel. Oh, eine Truhe. Elixier haben wir drin. Sauber. Sollten wir nochmal schauen wegen Ankleiden? Margon hatten wir doch schon, ne? Müsste eigentlich passen, oder? Hey, warte! Futschisi. Dam, 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 dam. Hm? Was? Will die uns wohin führen? Was ist mit der? Stimmt das nicht mit ihr, oder so? Ist sie... Keine Ahnung. Wo ist sie hin? Kann man da nach hinten? Ah, scheiße, Dreck. Ich wollte schauen, ob ich da nach hinten kann. Und die Ecke vielleicht irgendwie so. Oder, 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 oder. Oder ob da irgendwas versteckt ist. Da wollte ich eigentlich schauen. Na, was bist du denn für ein Clubschip? Wiener, ich glaub, du bekommst bald was zu essen. Aha. Inwiegendwo und dran bist du. Und, stirbt er? Eiko stirbt. Phönix, Feder für die kleine, susse Eiko. Ich meine, da kannst du ihn schon essen. Hüpft los. Ah, Margot schläft. Und, kannst du essen? Muss schwächer werden. Okay. Eiko wird sich mal selber heilen. Ja, brav. Hui. Ha, yeah. Ja, ba, ba. Und, nochmal Futter probieren. Absorbieren. Ist jemand verletzt? Ja, die Eiko selber fragen sie halt wieder. Nochmal vielleicht. Kannst du jetzt gefuttert werden? Boah, ey. Bam, 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 bam. Ich will dich doch nur verspeisen. Schmatzi, schmatzi, schmatzi. Oh, du bist weg. Alle, die Klaue, die er da anhat, ne? Die schaut aus, wenn er da nicht bewundert. Das ist ein krasses Pferd. Äh, was heilen, das brauchen wir nicht wirklich, oder? Abwehr. Abwehr. Boah, ey. Boah, ey. Immer noch schwächer werden. Wusch, Mago macht das. Das ist ne Kralle, ne? Ich will ja doch nur Essen probieren. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Baradadadada. Todesrollette. Supi. Todesrollade. Hm, köstlich. Sehr gut. Hopi, 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 hopi. I-Court Level aberreicht. Supi. Wir haben sonst keine Gegenstände bekommen, aber starke 3000 Kill. Dann geht's da drüben nicht weiter, ne? Oder ich will's wissen. Schau. Runter geht's halt. Und da ist tatsächlich eine Truhe. Alle Heilmittel. Okay. So, haben wir hier irgendwas? Wow, wieder kämpfen. Aber das werden wir jetzt öfters machen. Hier ist eigentlich immer der Platz gewesen, wo ich für das große Finale trainiert hab. Und, ähm, wo ich, wo wir jetzt dann, würde ich sagen, auch einige Parts verbringen dürfen mit, mit, ähm, ja. Oh, warte. Genau. Die werden wir jetzt auch rufen. Um jetzt auch einige, äh, Parts, die wir verbringen dürfen, hier zu leveln. So würde ich eigentlich sagen. Schaut echt cool aus, oder? Jawoll. Boah, wie viel Schaden? Okay. Kaputt ist kaputt. Mochi, Mochi. Schöne Errungenschaft. Mochi, Mochi. Ah, Mochi. Entschuldigung. So. Also, fast 6000 Kill haben wir bekommen. Drei AP Punkte mal zwei sind Sechse. Das ist ja nicht schlecht. Und, äh, ja. Wup, wup, wup. Ich glaub, sie hat da ein Level aberreicht. Entschuldigung, es war wieder zu schnell. Ein Opal, eine Phoenix Feder und starke 3000 Kill sind unser. Mithril-Stab. Subi. Bam, bam. Äh, hinunterklettern. Springen. Hinunterklettern. Bam, 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 bam. Da haben wir auch noch eine. Dämonenpanzer. Oh, oh, oh. Wer bist du? Du weißt gar nichts, oder? Freundlich. Komm mit, dann wirst du schon verstehen. Auch wenn, auch wenn, auch wer du in Wahrheit bist. Ha, 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 ha. Hey, hey. War warte. Immer diese Mädels, ne? Die scheint aber mich, also uns, zu kennen. Wieso das? Geh nur zu, dann wird dir alles klar. Sicher? Mach schon. Mhm. Na gut. Wo sind wir hier, bitteschön? Und ich will da rüber, vor allem. Ich will die Truhe da drüben holen. Oh. Ich bin einfach mal nur dahin, ne? Und so. Ich dachte, vielleicht komme ich da runter. Ich probiere halt gerade irgendwas. Was? Was heißt wir denn, bitte? Die werden für mich aufgefressen, wenn's passt. Ihr Ruhelfein. Denn vorigen konnte ich... Ja, denn die Bälle konnte ich auch nicht wegfuttern, ne? Herr der Kreise. Ah, hm. Virenbuder. Ja. Ich möchte mich. Hm. Sack. Boah, da hat wohl nicht gesessen. Laila, lila. Ich rufe dich. Ich rufe hier. Busch. Schutz. Fliegend. Fliegend. Ich Idiot. Entschuldigung. Es bringt. Ich bin ein Idiot. Fliegend. Boah. Hey, der hat mir mein Mann erst die Bitt. Du Arschkopf. Ich kann jetzt kein Mann noch mehr einschätzen, Sudana. Das ist blöd gelaufen. Fliegend. Das ist ein Double-Rest. Ich rufe. 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 So. Quie, na, quie, na, puttern weg. Hammer gelernt, supi, den Hammer, bravo, bravo. Und den können wir jetzt weghauen. Wir rufe den, was nennen wir, Martin? Ah, schweigen gebracht. Schwupp. Terra-Homie. Terra-Homie. Push. Und tschüss. Die stärkste Bestie überhaupt. Baum, baum, baum. Wuh, 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 wuh. Margot hat Level aberreicht. Und Queena auch. Und Aiko auch. Und Fähigkeiten wurden auch gelernt. Ich glaub von... Ich hab zwei Fähigkeiten, oder? Du musst jetzt durchschauen, wieder. Ähm, so. Zuallererst brauchen wir das... Echo-Kraut, war das? Na, falsch. Augentropfen, ich bin so doof. Entschuldigung. So, als nächstes. Ach so, da war ja noch was. Warte. Da war's Echo-Kraut. Für den Queena. Jetzt haben wir's. Wir legen an. Mahagon. Du hast, glaub ich, was gelernt, oder? Genau. Gemeinstiefeln kommen weg gegen... Saphir. Ja, für Vollmund. Können wir machen. Queena-Line. Die Bistro-Gabel, die ist... Ja, da gibt's daweil nix besseres. Hutmäßig, äh, haben wir daweil auch nix. Schimieren-Dingens-Gemeinstiefeln. Du kannst halt daweil gar nix brauchen, ne? Nein. Queena ist nur zum Essen da. Die Hammelflöte. Die ist auch erledigt. Ansonsten kann Eikusch von den Stäben und von den Flöten her nix Neues lernen. Das ist auch erledigt. Das auch. Da ist noch was und da ist noch was. Okay. Und der gute Zitane. Ja, Waffe brauche ich, glaub ich, nicht schauen. Da wird sich dabei nichts getan haben. Schwurring braucht er noch. Dämonen-Dingens. Dämonen-Panzer. Kann er halt auch schon alles, ne? Schade. Abilities. Die gute Eiko. MB plus 10%. Das ist aber auch nicht schlecht, oder? Mogus-Amulett. Was kann das? Äh, ich will lesen. Mogus setzt ungeahnte Kräfte für Charaktere frei. Schauen wir doch mal, oder? Der gute Quina. Mehr Mana. Hm. Was konnte Thermometer schnell? Frost und Glut verhindert. Urschrei. Verhindert Schweigen. Nehmen wir das. Ähm. Zurück. Ja. Der Wall ist sonst nix. Wo sind wir? Da hinten irgendwo. Ja. Es geht runter. Okay. Quasi einfach so rechts weg im Kreis herum. Hexenrobe. Eiko. Boah gemein. Könnte sie. Ja. Aber braucht nix mehr davon. Kann Zitane. Normal nicht, oder? Das wäre unlogisch. Na. Aber der gute Quina vielleicht. Kannst du das anziehen? Na. Vielleicht aber. Der gute Mahagon. Aber ich glaube, der wird dasselbe tragen dürfen wie Zitane, ne? Kraftkittel eventuell noch später. Okay. Nein, nein. Das wird dann was für Vivi wahrscheinlich sein. Das kann ich mir vorstellen. Jo. So. So. Uah. So. Draußen. Oh. Und weiter geht's. Ja. Wir werden dann, ähm. Ja. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wir werden im Laufe der Zeit viele Male, ähm, viele viele Male labeln dürfen. Doch müssen. Das wird nix anderes helfen tun. Umdrein haben wir gerade einen Hintern. Einen Hintern halt. Hintern. Verstehst du? Einen Hintern halt. Was kann das eigentlich? Das ist neu, ne? Benutze tragende Waffen. Benutze tragende Waffe und greif an. Verschwinden wird die wohl hoffentlich nicht, oder? Ähm. Warte, wir müssen heilen. Oh. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Da werde ich jetzt gleich mal das neue Dienst ausprobieren. Du da rein. Granat. Für. Achso. Regnet. Warte, ist aber eigentlich erteilt bei Kampfen Fähigkeit Engel. Achso. Das muss ich vorher buffen. Und was kannst du? Stellt MB. Senkt MB. Aha. Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Entschuldigung. Also Items. Die Phönixfeder. Da mal. Und, ähm. Ja. Wieder Angriff würde ich sagen. Und die Eiko muss den Mark und Heiden. Ich hoffe das geht sich aus. Oh. Eiko kann gar nicht, weil sie schläft. Merke ich auch gerade erst. Eiko kann gar nicht, weil sie schläft. Todeshollet. Das ist natürlich prima. Ähm. Fluch. Was kann der Fluch? Schwächt Elementarabwehr. Ne Almosen. Gegen die Milbombe wird neutrales Angriffselement regeneriert. HP und MB. Das wäre nicht so schlecht. Ähm. Blaumagie. Ah. Warte. Warte kurz. Dann werden wir zuerst die Dage. Und dann. Ich hoffe mal, dass es klappt. Phönixfeder. Das doof ist, dass Eiko schläft. Das passt mir gerade gar nicht. Enigma. Was ist das? So ein Chakra, ne? Ja. Jetzt stirbt er wieder weg. Grrrr. Einmal noch. Wiederbeleben. Und dann muss Maragon. Maragon sag ich. Entschuldigung. Quina. Muss unbedingt heilen. Ah. Oder so. Oder so. Beide natürliche. Wo ist es? Im Himmelslebens. So. Ist schon mal fein. Und Quina haut gleich hinterher. Sehr gut. Hm. Das könnte jetzt aber glatt ein bisschen zu wenig sein. Jetzt müssen wir kurz abwarten. Also wenn er geht. Hypnose nur. Okay. Hypnose nur. So. Und wenn er schläft. Das macht aber nichts. Zack. Die Eiko heilt wieder brav. Und der Maragon haut wieder Vollgas drauf. Aber Vollgas. So. Absorbiert. Push. Ähm. Nein. Ist er hin? Noch nicht. Äh. Ich würde sagen. Fehlendreher. Ich würde sagen. Ich würde. Ich bin jetzt schon vorher abnippelt. So. Jawohl, jetzt ist es endlich mal kaputt. Na bitte. Geht ja. Sehr gut. Uh, 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 uh. Maragon hat Level-Up erreicht. Entschuldigung. Äh, Phoenix-Feder und 3000 Gil. Boah, wir sind schon reich. Wir haben schon 90.000. Ähm. Ich gehe einfach mal hier hoch. Was ist denn das hier für ein komischer Ort? Im Gegensatz zu bisher sieht hier alles irgendwie wie künstliche Schaffen aus. Aber die Anwesenheit von Menschen spüre ich trotzdem nicht. Willkommen zurück. Hm? Dies ist der Ort, an dem du sein solltest. Der Ort, an dem man auf den Zeitpunkt seiner willenlosen Hingabe wartet. Dein Ort. Haha. Branbalu. Mhm. Hey, warte. Was soll denn das heißen? Wah, 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 was? Okay. Devincible. Lilly. Lilly, was hast du? Lilly? So ein Dreck. Was in aller Welt läuft hier eigentlich? Weißt du wirklich nichts? So wie ein neugeborenes Kind? Weshalb du dein Leben erhalten hast? Weshalb du überhaupt existierst? In dieser Unwissenheit schreist du auf, versuchst deinem Leben, deiner Existenz eine Bedeutung zuzumessen. Du weißt wirklich nichts? Äh, doch. Das Einmaleins zum Beispiel. Und lesen kann ich auch. Meistens. Äh, was? Du musst für Lilly einen Platz zum Ausruhen... Also wir müssen für Lilly einen Platz zum Ausruhen finden. Zedane. Ich bleibe bei der Prinzessin. Finde du einen Ort, wo sie sich ausruhen kann? Alles klar. Hier wird es ja wohl sowas wie ein Bett geben. Also ich bin gleich wieder da. Passt so lange auf Lilly auf. Jo, die Zusammensetzung passt mir so. Baum, Baum. Baum. Hm? Wer... Wer sind die denn? Alle haben wie ich einen Schwanz. Und... Und alle haben die gleiche Haarfarbe. Sag mal, was tut ihr hier eigentlich? Deiner Größe nach will ich sagen, du bist noch ein Kind. Wir besitzen kein Alter. So wurden wir nicht konstruiert. Was? Konstruiert? Hey, gibt's hier in der Gegend einen Platz, wo man sich ausruhen kann? Ausruhen? Zu welchem Zweck? Was ist denn das für eine Frage? Wenn es Nacht wird und ihr müde seid, geht ihr doch auch schlafen, oder nicht? Die Nacht? Beschreibst du den Zustand der Dunkelheit? Ich habe keine Zeit, beknackte Fragen zu beantworten. Gibt es hier jetzt sowas wie ein Gasthaus, oder nicht? Ja, und dort ist der Eingang. Okay, alles klar. Dann will ich noch vorher sagen, wir erkunden noch die anderen Sachen hier. Oder Gebäude zuerst. Hä? Was ist das schon wieder? Hallo? Diese Relikte schauen aus wie der Guruk-Stein schon fast, oder? Da hinten diese Dreiecke. Das Atmen der Planeten zeigt sich in ihrem Leuchten. Der Kreislauf der Seele ist ihr Wille zu leben. Ja. Bei der Vereinigung der Seele Gaias mit der Seele Terras wird die Gaias im Krieg der Sterne verschlungen werden. Ja. So wie die Planeten kreisen, kreist auch seine Seele. Mhm. Aha. Unnötiges Wissen geht bei der Beseelung verloren. Aber um das Retartieren der Intelligenz zu verhindern, erhalten wir ein Mindestmaß an Informationen. Genau. Die Farbe der Planeten zeigt deren wahre Gestalt. Das Blau Gaias, das Rot Terras. Mhm. Der Fluss der Seele ist ein Zeichen für das Leben eines Planeten, das in ihm verborgen ist. Versiegt dieser Fluss, versiegt auch das Leben des Planeten. Ja. Was ist denn da los? Wir untersuchen hier die Eignung der Genome und verwenden die Ergebnisse als Grundlage zur Schaffung eines noch fähigeren Genoms. Genome? Was zum Teufel? Instruktionswert 356, Entschuldigung. Ja. Aktivität 525. Fortgeschrittene Stadium. Bitte was? Was zum Teufel? Was geht hier vor, ey? Halt da war was, ne? Elixier erhalten. Supi. Ich brauche dringend einen Mogri oder einen Ort zum Speichern. Ich werde mal ins Gasthaus marschieren. Denke ich. Boah, da gibt es viel zu entdecken, ne? Da kann man auch rüber, denke ich. Ja. Wären wir mal schnell das Gasthaus besuchen? Hm, ein Bett. Hier kann sich Lily bestimmt erholen. Ich frage mich nur, was mit diesen Typen hier los ist. Die geistern hier rum wie leblose Gespenster. Außerdem drängt sich mir ein unbehagliches Gefühl auf. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Zuerst muss Lily wieder fit werden. Ich will speichern, bitte. Du? Gibt es... Hm? Hier irgendwo Medizin? Hm? Hallo. Ich suche ein Geschäft, wo man Medizin... Hm. Kann mir jetzt endlich einer sagen, wo ich hier Medizin finde? Menno, sitzt ihr alle auf euren Ohren oder was? Hier sind sowieso alle total komisch. Und alle haben wie Zitale einen Schwanz. Wenn hier doch... Doch bloß irgendwo... Pimo-Pimo-Kraut wachsen würde, könnte ich Lily helfen. Aber so etwas gibt es hier bestimmt nicht. Hey? Hey? Ha... Hab ich dich? Das Mädchen von vorhin. Weil du uns an so einen komischen Ort gebracht hast. Ist Lily... Nein, dafür hat Aiko jetzt keine Zeit. Sag mal, wo bekommt man denn hier Medizin? Sie wird bald zu sich kommen. Aha. Und woher willst du das bitte wissen? Wo ist er hin? Er? Wer? Von wem redest du? Meinst du etwa Zitane? Das kannst du vergessen. Nicht einmal Aiko hat es bis jetzt geschafft. Sich zwischen Zitane und Lily zu stellen. Die zwei sind nämlich ganz doll verliebt, Edge. Edgey-Bedge. Also schmink dir das lieber ab. Richte ihm aus, dass ich unten im Labor... 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 Alter... Laboratorium... Warte. So. Bäh. B-B-B-Bitte. Ist das die Art, jemanden um einen Gefallen zu bitten? Und überhaupt, warum sollte ich... Hey! Ich bin noch nicht fertig. Blöde Kuh. Die hat ja wohl eine am Horn echt wahr. Aber jetzt muss ich schnell zu den anderen. Lily. Prinzessin. Ich war zu schwach um. Verdammter Dreck. Was ist denn... Was ist in dich gefahren, Zitane? Dein Verhalten ist nicht sonderlich typisch für dich. Und was bitte ist typisch für mich? Oh. Zicke heute, hm? Also deine Tage? Entschuldige. Ich weiß ja auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin nur irgendwie nervös und so unruhig bei diesem blauen Licht. Oh, Prinzessin. Ihr seid wieder zu euch gekommen. Was ist nur vorgefallen? Ihr habt plötzlich euer Bewusstsein verloren. Ich habe mich erinnert. An was? Marta Insari wurde nicht von einem Sturm zerstört. Dieses Luftschiff mit dem großen Auge hat Marta Insari zerstört. Wisst ihr noch? Als Alexandria zerstört wurde, konnten wir auch dieses Auge im Himmel schweben sehen. Ja. Es sah sogar tatsächlich so aus, als hätte das Auge diesen Lichtstrahl. Stimmt. Und auch beim Baum Ifas, als Bahamut außer Kontrolle geriet. Ja, jedes Mal war dieses Auge zu sehen. Und es ist mit Sicherheit das gleiche Luftschiff. Was? Dann hat also dieses eine Luftschiff Königin Brane. Steiner. Oh, bitte verzeiht diesem rücksichtslosen Tor, Prinzessin. Schon gut. Ich weiß es ja jetzt. Meine Heimat, das Schloss, in dem ich aufwuchs und auch meine leibliche Mutter und die Mutter, die mich großzog. Alles hat mir dieses Luftschiff genommen. Lilly, geht es dir wieder besser? Ja, ich bin schon wieder in Ordnung. Nein, 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 du musst noch liegen bleiben. Du bist ja noch ganz blass im Gesicht. Ihr seht aber auch alle ganz blass aus. Es besteht kein Grund zur Sorge. Es ist sicherlich nur die Umstellung. Aha. Zitane, wo gehst du hin? Ach ja, da fällt mir ein... Dieses komische Mädchen, das uns vorher geführt hat, erzählt irgendwas davon, dass... Sie im unteren Laboratorium auf dich wartet. Hört sich ja irgendwie richtig pfui an. Zitane? Irgendwie richtig pfui. Ich will speichern, bitte. Bitte lass hier irgendwie ein Mogri oder sowas sein. Ich will unbedingt speichern. Elixier bekommen. Ansonsten muss ich hoffen, dass beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel fortsetze, dass ich dann hier irgendwo gescheit rauskomme. Auch ein wenig schlafen? Ja, bitte. Das tut gut. Kann man bei dir speichern? Kann ich bei dir speichern? Hm, ich konnte nur schlafen, ne? Ja, da muss ich wohl auf das Beste hoffen. Nachdem es hier irgendwie nichts zum Speichern gibt. Und wie mir scheint, muss ich trotzdem den Part beenden. Leider und ich glaube auch schon, ja, und auch schon die Aufnahmesession, die ist für heute schon wieder vorbei. Trotz allem sind wir ja sehr gut vorangekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind jetzt auf Terra lauter komische Gestalten, die wie Zitane ausschauen, die scheinbar irgendwie erschaffen werden in einem Reagenzglas, wenn man so möchte, in einem überdimensionalen, ja, komisch. Wir werden sicher dahinter kommen, was das alles für einen Sinn hat und warum wir auch sofortigst nach unserer Ankunft hier auf galant gestoßen sind. Naja, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Mit Überlänge, es tut mir leid, manchmal geht es eben nicht anders aus. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!